Der Franz Fröstl wird bald neun Jahre alt. Er wohnt mit seiner Mama, seinem Papa und seinem Bruder in der Hasengasse. Der Bruder heißt Josef und ist sechs Jahre älter als der Franz. Eigentlich geht es dem Franz sehr gut, aber jede Menge Probleme hat er trotzdem. Das größte Problem von Franz ist seine Stimme. Die wird hoch und piepsig, wenn er sich aufregt. Und wenn er sehr aufgeregt ist, bringt er überhaupt keinen Ton mehr raus. Damit, dass er so klein ist, hat der Franz auch ein Problem. Obwohl er schon bald in die dritte Klasse kommt, fragen ihn fremde Leute oft. Na Kleiner, wann kommst du denn in die Schule? Aber wenigstens sagt jetzt niemand mehr, na Kleine, zu ihm. Früher hat der Franz das fast jeden Tag hören müssen. Doch seit seine Nase gewachsen ist und sein Mund breiter geworden ist, schaut er nicht mehr wie ein Mädchen aus. Freundschaftsprobleme hat der Franz auch. Sein ältestes Freundschaftsproblem hat er mit seinem Bruder. Schrecklich gern würde der Franz sagen, mein allerbester Freund ist mein Bruder, der Josef. Bloß denkt der Josef nicht daran, der allerbeste Freund von Franz zu sein. Er nennt ihn Stöpsel und Zwerg und Piepsmaus. Nie spielt er mit dem Franz. Nie nimmt er ihn wohin mit. Nicht mal, wenn ihn die Mama oder der Papa darum bitten. Der Knirps ist ein Klotz am Bein, sagt er. Die Mama von Franz behauptet, dass der Josef den Franz in Wirklichkeit sehr lieb hat. Er ist halt bloß in einem ruppigen Alter, erklärt sie dem Franz. Der Franz fragt dann immer, wie lange dauert das ruppige Alter noch? Sicher nicht mehr lange, antwortet die Mama jedes Mal. Seit vielen Jahren sagt sie das. Tausend Mal hat es der Franz schon gehört. Und er hat es längst aufgegeben, daran zu glauben. Oft kuschelt sich der Franz vor dem Einschlafen in die Decke und denkt sich einen Josef aus, der sein allerbester Freund ist. Einen Josef, der mit ihm aus Legosteinen den Stephansdurm baut und ihm schwierige Rechnungen erklärt und ihn mit ins Schwimmbad und zum Eislaufen nimmt. Manchmal träumt er dann sogar in der Nacht von diesem Josef. Das sind so schöne Träume, dass er am nächsten Morgen ganz glücklich aufwacht. Und so denkt sich der Franz, Hauptsache ich habe einen Bruder, der mein allerbester Freund ist. Ob im Traum oder in Wirklichkeit, ist doch fast egal. Außerdem, sagt sich der Franz, habe ich im wirklichen Leben sowieso zwei allerbeste Freunde. Das muss reichen. Die zwei allerbesten Freunde von Franz sind die Gabi Gruber und der Eberhard Most. Die Gabi wohnt im Haus von Franz, in der Wohnung nebenan. Nach der Schule geht der Franz mit ihr heim und bleibt bei ihr, bis seine Eltern von der Arbeit kommen. Der Franz liebt die Gabi. Die Gabi liebt den Franz auch. Sonst würden sie ihr nicht so oft sagen, wenn wir 18 Jahre alt sind, heiraten wir und bekommen sechs Kinder. Aber leicht hat es der Franz mit der Gabi nicht. Sie kann sehr launisch sein und immer muss alles nach ihrem Kopf gehen. Tut der Franz nicht, was sie will, wird sie fuchsteufelswild. Die Gabi-Mama schimpft dann mit ihrer Tochter. Aber das macht die Gabi nur noch fuchsteufelswilder und sie schreit, Wegen dir zwei Käse hoch, bekomme ich dauernd Stress mit meiner Mama. Also tut der Franz brav, was die Gabi will. Der Eberhard Most sitzt in der Schule neben dem Franz. Er beschützt den Franz seit dem ersten Schuljahr. Nicht nur dann, wenn es nötig ist. Bekommt der Franz vor Aufregung wieder mal seine Piepstimme und lacht in ein Kind deswegen aus, kriegt es dieses Kind mit dem Eberhard zu tun. Der Eberhard ist der größte und stärkste Bub der Klasse. Da reicht es, wenn er knurrt. Lass meinen Franz in Ruhe, sonst setzt es was. Dumm ist bloß, dass der Eberhard und die Gabi einander nicht leiden können. Der Eberhard hält die Gabi für ein zickiges Biest. Die Gabi hält den Eberhard für einen öden Langweiler. So oft der Franz versucht hat, mit der Gabi und dem Eberhard etwas zu unternehmen, ist es schiefgegangen. Jedes Mal hat es Streit gegeben. Und weil der Franz keinen Streit mag, versucht er erst gar nicht mehr, eine Freundschaft zu dritt zu haben. Also hat er beschlossen, der Eberhard ist mein Vormittagsfreund. Die Gabi ist meine Nachmittagsfreundin. Mit dieser Einteilung ist die Gabi zufrieden, weil sie nicht in der Klasse vom Franz und vom Eberhard ist. Sie geht in die 2a. Der Franz und der Eberhard gehen in die 2b. Der Eberhard ist mit dieser Einteilung nicht zufrieden. Er wäre auch am Nachmittag gern mit dem Franz zusammen. Immer wieder lädt er den Franz zu sich nach Hause ein. Du kannst doch auch bei mir Mittagessen, lockt er den Franz. Meine Mama kocht super. Und nachher könnten wir mit ihr in den Zoo fahren. Oder in den Brater. Aber der Franz lässt sich nicht locken. Er bleibt bei seiner Vormittags-Nachmittags-Einteilung. Und weil der Eberhard so gutmütig ist, nimmt er das dem Franz nicht übel. Und nachher geht's. Vielen Dank.